Hallo zusammen, heute in diesem Video zeige ich euch von Shark den Flecken- und Geruchsentferner. Mit dieser Maschine könnt ihr ohne Vorbehandlung Flecken und Gerüche entfernen. Ob verschüttete Speisen und Getränke, Schlamm oder Flecken durch Haustiere, dieser handliche Fleckenreiniger entfernt problemlos Flecken und Gerüche überall zu Hause, einschließlich Teppichen und Vorlegern, Treppen, Sofas, Polstermöbel und Autositzen. Der Flecken- und Geruchsentferner ist ideal für Haushalte mit Kindern und mit Haustieren. In dem Paket als Zubehör ist enthalten ein Aufsatz für hartnäckige Flecken, ein breiter Aufsatz für hartnäckige Flecken, ein Aufsatz für Haustierflecken, eine Fugendüse, ein Schlauchreinigungsaufsatz, zwei Reinigungsmittel und eine Bedienungsanleitung. Der Flecken- und Geruchsentferner ist auch sehr kompakt und mobil. Dank des komfortablen Griffes und des langen Stromkabels kann man ihn ganz leicht in der Wohnung tragen. Die Fugendüse ist ideal für die Reinigung schwer erreichbarer Stellen, wie zum Beispiel in den Zwischenräumen von Autositzen. Das ist der Wassertank. Dieser wird befüllt mit Wasser und mit einem Reinigungsmittel. Es steht auch beschrieben, welches Reinigungsmittel hineingefüllt wird und hier kommt auch ein Reinigungsmittel hinein. In diesem Wassertank auf der Rückseite wird das dreckige Wasser dann aufgefangen. Das kann man dann später einfach wegschütten und sauber machen. Zum Starten kann man dann einfach auf den Knopf oben drücken. Die Reinigungsmittel von Shark werden kombiniert, um eine bis zu 20 mal stärkere Fleckenbekämpfung zu ermöglichen. Die Reinigungsmittel aktivieren sich während der Reinigung, sodass selbst die hartnäckigsten Flecken gezielt entfernt werden können. Wenn ihr Nachfüllpackungen benötigt, könnt ihr sie direkt bei Shark bestellen. Um den Flecken und Geruchsentferner zu testen, habe ich Kaffee, Ketchup und Orangensaft auf einen Teppich verschüttet und mit dem Reiniger sauber gemacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist der Aufsatz für Haustierflecken. Dieser Flecken- und Polsterreiniger wurde speziell für Haustierbesitzer entwickelt und sammelt Haare, Schmutz und verunreinigte Flüssigkeiten in einem separaten Fach, was ultimativen Komfort und eine hygienische Entleerung ermöglicht. So wird verhindert, dass größerer Schmutz und feste Bestandteile in den Schlauch und in das Hauptgerät gelangen. Kommen wir jetzt zu einigen technischen Details. Gewicht von der Maschine 3,8 Kilogramm, die Wattleistung beträgt 450 Watt, ihr habt drei Jahre Garantie, die Kabellänge beträgt 4,5 Meter, die Kapazität vom Tank 1,25 Liter und die Schlauchlänge 1,26 Meter. Mit dem breiten Würstaufsatz könnt ihr schnell große Flächen wie Treppen, Sofas oder Matratzen sauber machen. Die wendbaren Worsten passen sich jeder Oberfläche an und beseitigen alltäglichen Schmutzflecken und Verfärbungen. Sobald der Schmutzwassertank voll ist, kannst du ihn ganz einfach abnehmen, leeren, wieder anbringen und in Sekundenschnelle mit der Reinigung fortfahren.